Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Marie Jünemann. Ich bin Bundesvorstandssprecherin bei Mehr Demokratie e.V. und heute Abend sprechen wir mit den Direktkandidierenden aus Erfurt, Weimar, Weimarer Land über Bürgerräte und die Demokratie. Dazu begrüße ich die Direktkandidierenden Direktmandatsträgerin aus Erfurt, Weimar, Weimarer Land, Frau Antje Tillmann von der CDU. Frau Tillmann ist seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie verteidigt seit 2009 das Direktmandat in ihrem Heimatwahlkreis Erfurt, Weimar, Weimarer Land II für die CDU. Außerdem ist sie Vorsitzende der Arbeitsgruppe Finanzen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und seit 2014 finanzpolitische Sprecherin der Fraktion. Sie ist ordentliches Mitglied im Finanzausschuss, im Vermittlungsausschuss und stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss. Vielen Dank, Frau Tillmann, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen. Sehr gerne. Guten Abend. Außerdem begrüße ich Herrn Ralf Lenkert von der Linken. Er ist auch seit 2009 Mitglied des Bundestages und gewann 2009 das Direktmandat in Gera-Jena-Saale-Holzland. Er ist also nicht aus dem Wahlkreis Erfurt. Wir freuen uns trotzdem, ihn heute begrüßen zu dürfen. Außerdem war er Mitinitiator und Sprecher eines Volksbegehrens für eine bessere Familienpolitik in Thüringen, ist Mitglied im Bundestag im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur. Außerdem ist er im Beirat der Bundesnetzagentur. Vielen Dank, Herr Lenkert, dass Sie sich heute Abend die Zeit nehmen. Und schlussendlich möchte ich begrüßen Herrn Helge Lindh, der heute in Vertretung von Herrn Carsten Schneider eigentlich uns hier unser Podium bereichern sollte. Herr Lindh ist auch jetzt im Raum. Ja, einen schönen guten Abend, Herr Lindh. Herr Lindh ist auch Bundestagsabgeordneter seit 2017 im Bundestagswahlkreis Wuppertal 1. Er vertritt heute Herrn Carsten Schneider von der SPD. Außerdem ist Herr Lindh ordentliches Mitglied im Innenausschuss und im Ausschuss für Kultur und Medien und demokratiepolitischer Sprecher der SPD. Sehr schön, auch Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Ja, und ich möchte auch gleich einsteigen. Wir gerade haben wir einen Vortrag gehört über Bürgerräte und die Krise der Demokratie. Jetzt möchte ich mit den Kandidierenden sprechen. Wie sehen Sie den Zustand in unserer Demokratie? Wie möchte Sie Demokratie vielleicht weiterentwickeln in der nächsten Legislaturperiode? Und auch Sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer heute dürfen auch später dann in den letzten 20 Minuten noch mal Fragen an Ihre Abgeordneten stellen und Sie abklopfen. Meine Einstiegsfrage an die Kandidatinnen und Kandidaten ist, wo sehen Sie aktuell die Gefahren für unser demokratisches Zusammenleben und was war vielleicht ein Highlight in der letzten Legislaturperiode, eine demokratische Sternstunde, wenn man so will, die Sie optimistisch stimmt? Frau Tillmann, Sie haben als Erste das Wort. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte gern positiv anfangen. Wer am Samstag in Weimar war und gesehen hat, wie viele Menschen sich gegen Rechtsextremisten auf die Straße begeben hat, der hat Hoffnung, dass diese Demokratie nicht so kaputt ist, wie sie manchmal beschrieben wird. Ganz, ganz viele Bürger engagieren sich. Das war ein schönes Zeichen. Das ist nicht nur am Samstag in Erfurt gewesen, in Weimar gewesen. Das war auch schon in Erfurt. Das war in Deutschland, wo es nicht so gut funktioniert hat. Dass ich die Einzige aus dem Wahlkreis hier bin, zeigt Ihnen, dass ich versuche, möglichst viel mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich bin eigentlich jeden Tag auf der Straße oder bei Veranstaltungen oder in Infoständen. Es würde mich sehr wundern, wenn ich schon jemals einen Bürger versucht hätte, den Kontakt zu mir aufzunehmen und das nicht gelungen wäre. Deshalb freue ich mich über jeden, der sich politisch engagiert, der sich einmischt, der mich kritisiert oder mir auch Anregungen mitgibt. Die nehme ich auch alle ernst. Ich versuche auch wirklich alle Briefe und alle Anrufe zu beantworten, weil ich glaube, dass ich im Bereich Finanzen ganz gut bin. Also das mache ich so lange. Da würde mich wundern, wenn ich noch vieles nicht wüsste. Aber in anderen Bereichen bin ich sehr dankbar, wenn Menschen, die da vielleicht besonders fit sind oder berufliche Erfahrungen haben, mir von ihrer Erfahrung berichten. Man wird dadurch nicht dümmer und es gibt Menschen in anderen Berufen, die deutlich mehr Informationen haben, als ich sie in diesen Bereichen habe und das hilft mir sehr. Unter dem Aspekt finde ich auch den Bürgerrat grundsätzlich eine sehr gute Einrichtung, weil da Menschen miteinander diskutieren, die von ihrer Erfahrung und ihrer Lebenswelt berichten. Es ist nur leider nicht so, dass das, liebe Frau Jönemann, was Sie eben dargestellt haben, uns tatsächlich gut gelungen wäre. Denn wenn man sich die Zahlen anguckt, dann stellt man fest, es sind über 4000 Menschen angeschrieben worden und es haben sich nur acht Prozent zurückgemeldet. Das heißt, 92 Prozent hatten überhaupt kein Interesse, an so einem Verfahren teilzunehmen. Das macht mich ein bisschen unglücklich. Und was mich dann auch noch unglücklich macht, ist, dass von den 167 Teilnehmern, die dann hinterher dabei waren, leider genau die dabei waren, die sich immer schon engagieren. Also ich war 2018 in Erfurt dabei, bei dem Bürgerrat Demokratie. Und in dem Raum, wo ich mitdiskutiert habe, erstens kannte ich ganz viele, weil die schon in anderen Organisationen aktiv waren. Und die, die ich nicht kannte, erzählten halt am Tisch, wo sie überall schon engagiert sind. Was uns nicht gelingt, ist, die Menschen mit an uns in Diskussionen zu bringen, die sich auch ansonsten nicht aktiv in Politik einmischen. Und da wäre ich sehr gespannt, im Laufe des Abends zu erfahren, wie uns das besser gelingen könnte. Denn da haben wir wirkliche Defizite. Und das ist dann vielleicht auch gerade die Gruppe, die uns in der Demokratie ein bisschen verloren geht. Und das dürfen wir nicht zulassen. Frau Tillmann, Sie springen gleich rein in das Thema. Ich wollte eigentlich ganz smooth anfangen. Aber okay, dann muss ich doch noch mal ein, zwei Worte sagen. Und zwar kann ich Ihren Eindruck von damals, von Erfurt, total verstehen. Ich muss das kurz sagen. Das war tatsächlich eine Vorveranstaltung vom Bürgerrat. Es war eine Regionalveranstaltung vom Bürgerrat Demokratie. Der richtige Bürgerrat war dann ausgelost aus TeilnehmerInnen. Und da haben nicht die üblichen Verdächtigen teilgenommen. Das muss ich wirklich sagen. Da waren noch mal anders ausgelost als diese Regionalgruppen, die als Vorveranstaltung teilgenommen haben. Aber nichts gegen die üblichen Verdächtigen. Also das ist keine Kritik an denen, sondern eher nur, dass die einfach dann überall engagiert sind. Absolut. Das wollte ich nur noch mal kurz klarstellen. Genau. Und bei den 4.000 Angeschriebenen, da haben Sie sicherlich recht. Also diese Response-Rate, das misst man ja bei Beteiligungsverfahren, ist relativ, also ist ein enormen Durchschnitt, würde ich sagen. Aber ja, da tun ja Beteiligungsinstitute viele und mehr Leute anzusprechen. Ohne jetzt in die Diskussion gehen zu wollen, schließlich moderiere ich auch heute Abend Herr Lenkert. Einige Frage an Sie. Und zwar, wo sehen Sie momentan die größten Gefahren für unsere Demokratie? Und was war vielleicht ein demokratisches Highlight in der letzten Legislaturperiode auch für Sie? Was war für eine demokratische Sternstunde? Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Und ich vertrete heute auch meine Landesvorsitzende. Und um Frau Tillmann ein bisschen zu trösten, wir sind auch auf der Straße und mein Wahlkreis ist sozusagen wie als wenn er Weimar und Erfurt umschlingt. Von Südosten bis, äh, von Südwesten bis Nordwesten ist im Prinzip ja komplett eingeschlossen vom Wahlkreis Jena, Semmerda, Weimarer Land eins. Also insofern aus der Region und auch eng verwurzelt. Und wie Sie schon sagten, ich stehe zu Bürgerräten sehr positiv. Und ich kann, es ist auch mein Lebenswerk. Ich bin ja nur in die Politik gekommen über direkte Demokratie, nicht über Bürgerräte, sondern über direkte Demokratie, über Volksbegehr. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und was für mich das demokratische Highlight in der letzten Wahlperiode war, muss ich ganz klar sagen, es schwappte aus dem Ausland zu uns herüber. Das war die Bewegung Fridays for Future, die es geschafft hat, ein extrem wichtiges Thema auf die Tagesordnung zu heben mit demokratischen Mitteln, mit Demonstrationen, mit allen Mitteln, die zur Verfügung stehen. Und natürlich dann der Bürgerrat Klima, der sich daraus bildet. Und jetzt komme ich aber zu dem Manko und möchte gleich die Frage von Freya Zang beantworten. Ja, der Bürgerrat ist ein Beirat. Er kann Empfehlungen aussprechen, mehr nicht. Und deswegen wünschen wir uns als Linke, dass man direkte Demokratie koppelt mit Bürgerräten. Insofern koppelt das nämlich, wenn der Bundestag beziehungsweise die Regierungskoalition den Empfehlungen des Bürgerrates so absolut nicht folgt, man natürlich dann die Möglichkeit hat, einen bundesweiten Volksentscheid zu initiieren, so wie wir es auf Landesebene auch machen können. Und wir haben das ja auch sehr erfolgreich in Thüringen geschafft für Kindergärten damals und Kindertagesstätten und haben damals Bedingungen gegen den Willen der Landesregierung von der Union durchgesetzt, die man heute sogar als schlecht bezeichnen würde. Damals waren sie revolutionär für die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben sie durchgekämpft mit direkter Demokratie, mit viel Engagement. Und wichtig ist aus meiner Sicht eins für die Demokratie. Man muss das Gefühl haben, dass man etwas verändern kann. Und wenn jetzt drei, vier Bürgerräte stattfinden sollten und es gelingt nicht im Anschluss, dass an diese Bürgerräte wirklich substanzielle Veränderungen passieren, dann wird es einschlafen und dann läuft es vor die Wand. Und das ist die große Sorge, die ich habe. Deswegen wünschte ich mir, dass die Bürgerräte starten und dass aber gleichzeitig die Möglichkeit, bundesweite Volksentscheide folgen zu lassen, wenn eben der Bundestag den Bürgerräten so gar nicht folgt, als Möglichkeit besteht. Vielen Dank, Herr Lenkert. Auch Sie gleich im Thema. Herr Lindh, Sie vertreten heute Herrn Carsten Schneider. Auch nochmal an Sie die Frage, welche Gefahren sehen Sie für die Demokratie und was Ihr demokratisches Highlight? Vielleicht muss ich auch nochmal zur Transparenz hier sagen, ich habe Herrn Lindh genau diese Frage schon vor zwei Wochen gestellt in Wuppertal. Nichtsdestotrotz, Herr Lindh, vielleicht auch im Blick auf Thüringen. Was ist Ihr demokratisches Highlight oder welche Gefahren sehen Sie für die Demokratien? Ja, vor ein paar Minuten buchstäblich, wie die Jungfrau zum Kind in diese Beanstaltung reingeraten, aber mit Begeisterung. Alle haben ja jetzt auch beantwortet, was gefragt wurde und viel mehr. Ja, deswegen will ich beides tun. Also die Frage beantworten und tatsächlich auch meinen Kolleginnen und Kollegen nachkommen. Beginnen wir mal bei den Highlights oder positiven Punkten. Übrigens habe ich auch eine gewisse Legitimation. Meine Familie mütterlicherseits kommt aus Thüringen, insbesondere Rudolfstadt, aber nicht nur. Ich war beim Wahlkreistausch beim berühmt-berüchtigten, in dem Fall mit der AfD in Gera und habe auch Wahlkampf gemacht in der Vergangenheit in Nordhausen und anderswo. Also ich bin sozusagen Herzens-Thüringer und deswegen dann auch heute in Erfurt irgendwie doch auch legitimiert dabei. Highlight der Demokratie ist für mich mit Sicherheit das, was wir aus der Zivilgesellschaft insbesondere im Einsatz für Demokratie und gegen Rassismus erlebt haben, auch viel an Stärkung von Demokratie. Ich bin ja sowas auch wie ein Reallabor der Hater dieser Republik, von rechts außen teilweise, aber auch von links außen oder Leuten, die aber jetzt nichts mit links zu tun haben, aber sich vielleicht so beschreiben würden mit allen Folgen. Also weiß ziemlich genau, was das bedeutet. Und nehme das dann halt sehr positiv wahr, wie es eben auch die andere Seite gibt, die manchmal vielleicht nicht so sichtbar ist, die sich aber mit Demonstrationen, auch mit persönlicher Zuwendung und übrigens auch im Parlament stützend an seine Seite hält, übrigens fraktionsübergreifend. Das werte ich als ein Highlight der Demokratie, empfinde aber auch, dass wir da parlamentarisch einiges lernen können, auch von denjenigen, die sich da, sei es gegen Rassismus, gegen Diskriminierung oder auch für Klimaschutz eingesetzt haben. Also das macht uns ja nicht schlechter, sondern besser und spricht ja für Beteiligung, Partizipation. Tiefpunkt ist eben gerade das, dass es Menschen gibt, die sich nicht dieser Demokratie anschließen oder die unter der Vorgabe, sie wären Demokratinnen und Demokraten, die Demokratie schleifen wollen. Die sitzen übrigens auch im Bundestag und geben sich als Oberdemokraten aus, sind aber das Gegenteil dessen. Und da sind wir, glaube ich, alle drei, die da heute verbunden sind, sich einig darin. Übrigens mit Frau Tillmann habe ich auch sehr konstruktiv einarbeiten können in Fragen wie Familienzusammenführung. Da hat sie sich auch ganz deutlich positioniert und waren uns einig. Das gehört ja auch dazu. Mit Herrn Lenkert haben wir andere Runden gedreht. Also das ist übrigens auch ein Highlight für mich, dass man auch, wenn man teilweise unterschiedliche weltanschauliche Ansichten hat, in denen Fragen zusammensteht, ganz praktisch. Und das kommt manchmal vielleicht zu kurz. Das ist aber ein Highlight der Demokratie und das macht sie aus, dass man eben bei gutem und harten Streit, aber sich eben für solche Fragen von Menschlichkeit auch gemeinsam einsetzt. Das brauchen wir nicht weniger, sondern mehr. Und in diesem Sinne auch, das ist auch nicht unbekannt, bin ich sozusagen ja auch federführend in meiner Fraktion im Einsatz für Bürgerräte, habe ein eigenes Konzept entwickelt und auch vorgestellt. Übrigens dann auch, da schließe ich mich an Lenkert an, in der Vorstellung eine Kopplung zu machen, also direkte Demokratie befürworten, aber dann obligatorisch verbunden mit geliberativer Demokratie, mit Bürgerräten. Man kann da auch lernen, wie man es vielleicht nicht machen soll. In meiner eigenen Stadt wurde leider von, es war nicht meine, aber anderen Fraktionen, da war es grün, schwarz, aber es ist ja auch egal, wer es war, instrumentell auf so eine Abstimmung gegriffen, die es gar nicht nach gemeiner Ordnung gab und damit etwas, was deliberativ entwickelt worden war, zerschossen. Also so stelle ich es mir nicht vor, sondern dass man es wirklich geschickt miteinander verzahnt, wie man es in Irland und anderswo erlebt hat. Und da bin ich sehr befürworten, bin ein großer Freund solcher Beteiligungsformen. Und also ich mache heute die ganz große Koalition, habe aber auch damals deutlich gemacht, wie es Frau Tillmann sagte, dass wir darauf achten müssen, dass wir eben nicht die, allein die gut Beteiligten noch besser beteiligen, sondern auch sehen. Und in meinem Wahlkreis ist das relevant, auch anderswo, dass diejenigen, die den Eindruck haben, dass sie nicht mitmachen, dass die, die nie zu einer SPD-Veranstaltung kommen würden, aber auch nie zu einer Verweisveranstaltung und sonst wo hin, dass die gerade die Chance ergreifen, über solche Formen mitzumachen. Das ist auch mein Anspruch, den wir auch haben sollten. Es macht nichts, wenn gut Beteiligte sich besser beteiligen. Nur unser Ansinnen muss es, glaube ich, sein, auch andere dazu zu bekommen. Und da sehe ich eine Stärke auch von solcher Formen von Beteiligung und auch von direkter Demokratie damit gekoppelt, die sonst sich als nicht gehörte verstehen. Vielen Dank, Herr Lind. Auch nochmal auf alle Instrumente eingegangen, der direkten Demokratie und der Beteiligung. Ja, vielen Dank für diese ersten Schilderungen. Wir haben jetzt ein bisschen über die Krise der Demokratie auch gesprochen, also über Polarisierungen der Gesellschaft, Hass, Diskriminierung und so weiter, Krisenerscheinungen, die wir alle gerade wahrnehmen. Und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen, ist, könnten Bürgerräte eine Lösung dafür sein? Bevor wir da jetzt wirklich nochmal tiefer in die Diskussion zu diesem Instrument einsteigen, würde ich gerne die TeilnehmerInnen eines Bürgerrats nochmal zu Wort kommen lassen, da ein Eindruck eines Bürgerrats oder von diesen TeilnehmerInnen eigentlich auch nochmal einen ganz anderen Blick auf dieses Instrument wirft. Ich würde meinen Kollegen, Herr Pötzsch, bitten, gerne jetzt ein Video abzuspielen, ein Interviewvideo, was wir mit TeilnehmerInnen des Bürgerrats Demokratie geführt haben. Vielen Dank. So, ist es sichtbar für alle? Ja. Gut. Es ist relativ einfach, nach mehr Demokratie zu rufen, aber sich dann mit den Details zu beschäftigen, mit genauen Instrumenten, Abläufen, Entscheidungsverfahren, mehr Informationen über Varianten zu kriegen, ist sehr hilfreich. Also Prozess, Input, fantastisch. Das Thema ist ja auch für mich ein Lobung gewesen. Es ist, ich kann eigentlich nur Lob spenden. Dafür, dass ich halt im Prinzip nicht wusste, was überhaupt jetzt hier so eine Phase ist, war das ziemlich gut organisiert. Also ich habe mich sofort zurechtgefunden. Also die inhaltlichen Inputs, die waren schon mal sehr wertvoll, damit man erstmal einen gewissen Informationsstand hatte. Ich fand es sehr gut. Also ich mochte vor allem das, dass man immer einen Input bekommen hat und dann dazu direkt diskutieren konnte. Super. Also total mega. Also echt. Sowohl der Umgang als auch die Umsetzung haben mich überzeugt. Ich habe mich ernst genommen gefühlt. Immer wieder diese Tische zu mischen und immer wieder in andere Gruppen zu gehen, immer wieder andere Leute kennenzulernen, immer wieder die eigenen Argumente zu prüfen und so, das war schon echt spannend. Also ich fand es toll. Und es hat mich auch beflügelt, dass ich mich jetzt doch noch mehr einbringe, doch noch mehr nachfrage, doch noch mehr mich engagieren kann. Jetzt, am zweiten Wochenende, vor allem ist mir aufgefallen, wie sehr doch irgendwo so ein gemeinsamer Konsens herrscht. Wir waren alle unbescholtene Bürger, die vorher mit einem nichtsahnenden Gefühl reingegangen sind und wir gehen mit einem sehr guten Gefühl, glaube ich, alle raus. Es war ein Experiment. Dieses Experiment ist geglückt und das ist ihr Verdienst. Und sie haben bewiesen, dass das Instrument Bürgerrat für die Weiterentwicklung der Demokratie etwas Taugliches ist. Jeder hofft natürlich, dass das nicht in irgendeiner Schublade von einem Ministerialdirigenten verschwindet. Nach dem Motto, da haben wir mal was Vernünftiges getan und die Demokratie ein Stück vorangebracht, das ist es natürlich nicht. Das kann nur ein Anfang sein. Dass die Politiker wirklich sehen, hey, das ist eine tolle Idee und die Leute stehen zu guten Teilen dahinter. Dass es keine einmalige Sache bleibt. Dass ein Bürgerrat auf jeden Fall implementiert wird. Es wäre eigentlich zu wünschen, dass viele aus der Bevölkerung diese Erfragung machen könnten. Natürlich wäre ich direkt wieder mit dabei. Dann hat es mir super gut gefallen. Würde ich hier jederzeit nochmal machen. Wenn man jetzt sehr groß denkt, glaube ich, ist Klimapolitik ein wichtiges Thema. Was uns allen so voll auf den Lippenlichten ist, ist das Klima. Bildung und Kinderbetreuung. Die Rente. Atomkraftwerke. Klimaschutz. Klimaschutz. Auf jeden Fall Klimaschutz. Weil ich glaube, da ist die Bevölkerung der Politik weit voraus und würde entscheidend wichtigere, also dringendere Pakete schnüren, als das die Politik jetzt gemacht hat. Ja, vielen Dank. Danke, Robert. Meine Frage jetzt, Herr Lenkert. Sie haben schon gesagt, Sie können sich das sehr gut vorstellen mit den Bürgerräten. Auf Bundesebene auch öfter. Wie können Sie sich das denn vorstellen? Institutionalisiert, rechtlich verankert. Von unten, von oben. Vielleicht möchten Sie das kurz ausführen. Ja, also ich kann mir Bürgerräte sehr gut vorstellen, aber sie müssen von unten wachsen. Von oben auf, trakturieren, funktioniert meistens weniger. Und vor allen Dingen müssen wir ein Problem lösen, wenn sie stattfinden sollen. Wie schaffen wir es, dass sich alle Schichten beteiligen? Also es wurde vorhin schon von der Kollegin und dem Kollegen darauf hingewiesen, dass eben gerade bildungsferne Schichten sehr unterrepräsentiert waren, weil sie halt einfach gar nicht antworten. Das heißt, da müssen wir ein System finden, wie es gelingt, dass sie mitmachen. Und ich glaube auch, man sollte die Themen konkreter fassen, also nicht zu allgemein, dass es eben anfassbar ist. Und natürlich kann das Ganze aber auch nur funktionieren, wenn eine gute Aufklärungsarbeit geleistet wird bei den Bürgerräten. Und im Vorfeld, da möchte ich mal sagen, vielleicht sollte auch mehr Demokratie mal ein paar Schulungen mit Journalistinnen und Journalisten durchführen. Wenn ich nämlich regelmäßig in den Medien höre, dass nach einem Kabinettsbeschluss ein Gesetz bereits verabschiedet, so klingt, als wäre es verabschiedet, dann muss ich als Parlamentarier sagen, also ist es irgendwie daneben. Denn jetzt mal um die SPD wieder zu erwähnen, das Struck'sche Gesetz gilt halt immer. Kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es reinkommt. Und sehr oft passiert es, dass man von manchen Gesetzen nichts mehr hört, nachdem die Regierung es verabschiedet hat, weil nämlich der Bundestag der Meinung war in seiner Mehrheit so nicht. Und da ist eben auch Zusammenarbeit in den Fachkrimen, in den Ausschüssen, in den Berichterstattergesprächen vorhanden, die eben sehr sachkompetent ist und auch Bürgergespräche zurückgreift. Also selbstverständlich informiere ich mich bei, wenn es um die Industrie geht, bei Industrie- und Handelskammern, bei Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, welche Auswirkungen ich sehe, wie sie das Gesetz betrachten würden, um das einfließen zu lassen. Ein Bürgerrat wäre natürlich deutlich günstiger, weil das länger möglich ist und langfristiger, weshalb ich dieses Mittel auch gern öfters hätte. Und vielleicht noch eine ganz kleine Korrektur zu mir vorhin. Ich bin Obmann im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, weswegen mir natürlich gerade Freitas for Future und der Klimaschutz besonders am Herzen liegt als Umweltpolitiker. Da möchte ich mich nochmal entschuldigen, das nicht erwähnt zu haben. Dafür ist Volksbegehren erwähnt, wo Sie auf jeden Fall auch beteiligt waren. Frau Tillmann, Sie stimmen den Ganzen etwas skeptisch gegenüber. Gäbe es denn eine Art, wie Sie es sich vorstellen könnten, Bürgerräte? Sie schütteln den Kopf. Nein, das ist ein Missverständnis. Ich stehe nicht bürgerrhythmisch skeptisch gegenüber, sondern der Art, wie sie gelaufen ist. Ich versuche jetzt gerade parallel so ein bisschen was auch zu den Kosten zu sagen. Ich bin halt Finanzpolitikerin, das kann ich auch nicht verhehlen. Und deshalb sage ich die Zahlen einfach mal hier. Der letzte Bürgerrat hätte, wenn er in Präsenz stattfinden können, 2,5 Millionen Euro gekostet. Daran haben 170 Personen teilgenommen. Die Verwaltung hat in der Evaluation schon gesagt, dass sie das nicht nochmal leisten kann und dass sie dafür plädiert, dass das an einen externen Dienstleister ausgegeben wird. Da können wir schon mal eine halbe Million wieder draufschlagen. Und dann sind wir bei 170 Personen. Wenn wir das wirklich so machen würden, dass es flächendeckend auch eine Resonanz findet, dann müssten wir das auch 10, 15, 20 Mal machen. Und das summiert sich dann halt schon zusammen. Deshalb finde ich den Vorschlag von Herrn Lenkert und Herr Lind hat es eben ja auch angedeutet. Wir müssen mal gemeinsam überlegen, braucht es dafür die Verwaltung oder können wir das nicht selbst? Und in Thüringen gibt es doch ganz viele Initiativen, die mehr Demokratie fordern, die Demonstrationen machen, die Veranstaltungen machen. Braucht es dafür tatsächlich jemanden, der professionell von oben sich Leute aussucht oder schaffen wir das nicht, von unten zu organisieren? Wenn ich mir angucke, wie viele Veranstaltungen in Erfurt und Weimar in den nächsten sechs Wochen sind, dann bin ich nicht ganz sicher, ob nicht alle, die die Lust haben, nicht die Möglichkeit haben, sich zu engagieren, ohne dass man so einen massiven Prozess drauf setzt. Nochmal, ich bin dankbar für jeden, der es tut. Aber auch die Interviewten eben, super engagierte Leute, bewundere ich sehr. Aber waren das Menschen, die vorher demokratiekritisch waren? Dann, wie kommen wir an die ran, die in Weimar am Samstag demonstriert haben? Und zwar, ich sage auch mal beide Richtungen, entweder rechtsextrem oder im schwarzen Block. Wie kommen wir an die ran, die demokratiekritisch sind? Kommen die tatsächlich zu einem Bürgerrat? Vielen Dank. Vielleicht der Hinweis, genau, beim Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt haben wir tatsächlich die Parteipräferenzen abgefragt, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und die zum Beispiel Parteipräferenz der AfD war vertreten, nicht so stark, wie sie in der Bevölkerung vertreten ist, aber wenig. Genau, einfach nur als Hinweiszahlen kann man sich anschauen. Es wird aber auch nicht immer alles abgefragt, wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Herr Lind, Bürgerräte zu teuer, sehen Sie das genauso? Oder gäbe es effektivere Methoden für weniger Geld? Ach, ich bin ja ein Freund dessen, dass man darüber dann auch streitet, wie man es am besten macht. Deshalb finde ich es erst mal wichtig, dass man, man hat ja jetzt viel Know-how bei Mehr Demokratie e.V., generell gibt es ja auch eine große Bürgerbeteiligungsszene darüber hinaus, die im ganzen Land aktiv ist. Es gibt diverse Dezernentinnen und Dezernenten unterschiedlicher Fraktionen, die vor Ort Bürgerbeteiligung machen. Also wir haben ja viel Know-how da. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt aus dem Bundestag Zwangsbeglückung machen, sondern wir können ja auch viel aufbauen. Deshalb fände ich es sinnvoll, dass man darüber streitet im Parlament. Deshalb fände ich es auch gut, wenn wir, das ist dieser Koalition nicht gelungen, man muss ja auch mal kritisch darauf gucken. Und es gab da auch unterschiedliche, auch in der Union unterschiedliche Einsetzungen. Am Ende hatten wir leider keine Demokratiekommission, die im Koalitionsvertrag stand. Ich habe mir die gewünscht, habe auch immer dafür gekämpft, mit Herrn Seehofer, aber wir haben uns nicht durchgesetzt. Es gibt ja manchmal spannende Kombinationen. Da wäre das übrigens auch Thema gewesen. Laut Koalitionsvertrag sollte da auch über Formen von Beteiligung inklusive deliberativer, also beratender Demokratie und direkter Demokratie gesprochen werden. Ich finde, es wäre jetzt an der Zeit, dass nicht allein Ältestenrat, sondern dass wir das auch zum Thema im Parlament machen. Wir haben es zum Teil schon in Anhörungen gehabt und uns damit auseinandersetzen, uns befassen wirklich. Wollen wir das? Gegebenenfalls welche notwendigen Änderungen an der Verfassung wären notwendig? Was ist einfach gesetzlich möglich? Wie wollen wir damit verfahren? Damit wir einfach auch da so einen Klärungsprozess in Gang setzen. Das fände ich wirklich notwendig. Ich würde dem Thema auch nochmal ein Gewicht geben und dann auch diskutieren. Wie ist es finanziell? Wie lässt es sich organisatorisch machen? Brauchen wir vielleicht, ich würde dafür prädieren, eine Form von Kompetenzzentrum auf Bundesebene, das genau solche Fragen diskutiert und auch das Wissen bündelt? Und wie gehen wir auch mit Wissenschaft um? Also ich bin jetzt hier in Wuppertal, wir haben einen der Korriphäen der Frage der Bürgertal, Herr Dienel, hat hier die Idee der Bürger, der Zelle, der Planungszelle in Wuppertal entwickelt, sein Nachfolger Lietzmann, gerade infrisch emeritiert, hat das weiterentwickelt und auch diese Verfahren begleitet. Also da gibt es schon viele Erkenntnisse, wie man es machen kann kommunal, wie man es vielleicht nicht machen soll. Und ich würde sagen, auf der Basis dieser Erkenntnisse wäre es jetzt gut, das in einen auch parlamentarischen Debattenprozess zu setzen, Ausgang offen. Also es kann ja auch welche geben, die dagegen sind. Es geht auch, glaube ich, in den Fraktionen nicht monolithisch her, sondern es gibt da unterschiedliche Auseinandersetzungen. Das fände ich aber Ausdruck einer Reifendemokratie, dass wir über die Fragen von direkter Demokratie und die liberer Demokratie inklusive Finanzierungsfragen auch diskutieren und auch streiten und uns auseinandersetzen. Allein ist das Kriterium übrigens nicht, wie teuer ist das oder nicht. Aber natürlich ist das Haushalterische auch ein wichtiger Punkt. Das kann man aber dann machen, wenn man darüber streitet und auch entsprechend durchspielen, was sind die Summen, die aufgerufen werden müssen, wie kann man Wege finden, dass es nicht so teuer ist. Allein aber die Kosten dürfen es nicht sein. Also wir tun ja auch viele Dinge, bei denen man auch darüber streiten kann, ob es so sinnvolle Ausgaben sind, wenn wir uns mal ehrlich in die Augen gucken. Deshalb, wer das, denke ich, jetzt der Moment kommt, und ich würde mir als Parlamentarier das auch wünschen, dass nicht allein der Ältestenrat, sondern dass auch Frau Tillmann und Frau Lenkert damit diskutieren könnten und darüber reden könnten. Und zum Letzten, als jemand, der sich ja sehr dafür einsetzt, das habe ich ja vorhin auch gesagt, auch in meiner Fraktion auch immer, auch in all den Debatten zu bürgerreten, dass das jetzt auch unterschiedlichste Gruppen teilnehmen können, auch eben nicht die usual suspects. Gleichwohl ist es auch Teil der Freiheit, die wir leben müssen, dass solange wir freiwillige Teilnahme haben, es Menschen gibt, die sich entscheiden, nicht mitzumachen. Also die Freiheit hat man auch. Also ich bin stark dafür, zu gucken, dass es heterogen ist, dass wir unterschiedliche Bildungsgruppen haben, dass man auch darüber diskutiert bei bestimmten Fragen. Man kann ja auch stärker wichten. Also man kann auch bewusst sagen, die Modelle gibt es ja auch, die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Bei bestimmten Fragestellungen brechen wir das Zufallsprinzip, brechen wir auch die Repräsentativität oder den Anspruch und überrepräsentieren gezielt bestimmte Gruppen. Das ist dann nochmal ein anderer Ansatz. Aber auch das ist ein Instrument, die liberative Demokratie einzuführen. Aber das gilt es ja zu verhandeln. Was nicht sein sollte, ist, glaube ich, dass wir uns die Bürgerräte aussuchen, wie wir sie gern haben wollen. Der Sinn ist ja, dass es ergänzt und parlamentarische Demokratie stärkt und dass auch da Dinge rauskommen, die wir uns vielleicht nicht wünschen, die uns nachdenken, auferlegen, aber auch nicht, dass wir vorschreiben, wie so ein Bürgerrat aussehen soll. Und deshalb finde ich es auch schon deswegen wichtig, dass das unabhängig von uns entwickelt und organisiert wird, damit diese Form der externen Bereicherung und Störung im positiven Sinne tatsächlich auch zum Tragen kommt. Vielen Dank, Herr Lind. Herr Lenkert, Sie würden gern darauf antworten. Tun Sie das gerne. Ja, vielleicht auch gar nicht gern ergänzen. Also an den Kosten darf es auf keinen Fall scheinern. Und vielleicht hat mich Frau Thilmann etwas fehlverstanden. Es geht mir nicht darum, dass es von unten komplett organisiert werden muss, sondern dass wir den Rahmen schaffen, dass es organisiert werden kann, auch den materiellen, organisatorischen, aber dann die Organisation, die Themenfindung durch die Bürgerinnen und Bürger selbst erfolgt. Das sollte der Bundestag nicht vorgeben. Und um einfach mal die Kosten in Relation zu setzen. Also wenn es zu dem Stand von 3 Millionen, sagen wir mal, im Jahr 25 Begehren gäbe, dann wären wir bei 75 Millionen, dann wäre das bei 25 Bürgerräten dann die wahnsinnige Summe von einem Euro je Einwohnerin, Einwohner der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, das sollte uns die Demokratie, die Fortentwicklung der Demokratie einfach wert sein. Aber ich möchte nochmal auch, weil gerade auch der Kollege Herr Gelind darauf hinwies, es gibt natürlich interessante Konstellationen. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen. Der Bürgerrat ist ein Beirat, ein Beratungsgremium. Er braucht aber ein scharfes Mittel, wenigstens in der Hinterhand. Das ist die direkte Demokratie, das ist der Volksentscheid, das Volksbegehren. Und da kenne ich nach meinem Wissen noch zwei Parteien im Bundestag, die das fordern, die das auf demokratischen Mitteln fordern. Das ist die CSU aus Bayern und das ist die Linke. Das heißt, deswegen wäre es ganz günstig, wenn wir uns, da müssen wir uns doch finden können, dazwischen Frau Tillmann und Herr Lind. Wenn wir uns finden, können wir die Verfassungsänderung hinkriegen, dass wir dann im Prinzip die Volksbegehren, die Volksentscheide auf Bundesebene haben. Und zwar nach einem demokratischen Prinzip mit derselben Kontrolle durch das Bundesverfassungsgericht, wie der Bundestag der Kontrolle des Bundesverfassungsgerichts unterliegt. Das wäre doch ein Schritt für die nächste Wahlperiode, aus unserer Sicht. Lieber Herr Lenkert, da werden wir uns nicht finden. Ich nenne ein Beispiel. Die Griechenland-Rettung vor 2009. Ich möchte jede Wette halten, dass in meinem Wahlkreis die Bürgerinnen und Bürger die Griechenland-Rettung nicht für richtig gefunden hätten. Sie war aber richtig und ich habe sie aus tiefster Überzeugung für richtig gehalten. Und da hätte mich auch kein Bürgerrat von abgehalten. Und deshalb bin ich bei direkter Demokratie sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Auf Bundesebene, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene herzlich gerne. Also ich bin lange 15 Jahre in der Kommunalpolitik gewesen. Da hätte ich mir gewünscht, dass sehr viel mehr Bürgerinnen und Bürger auch mal im Stadtrat mitgemacht hätten. Es ist überhaupt kein Problem, sachkundiger Bürger- oder Stadtratsmitglied zu werden. Mit 500 Stimmen werden Sie in Erfurt Stadtratsmitglied. Aber es finden sich ganz wenige Bürgerinnen und Bürger, die das machen. Aber auf Bundesebene, ich weiß, dass Ärzte immer Spaß daran haben, wenn man hinkommt und seine Symptome schon mal im Internet abgeglichen hat. Wenn ich mir angucke, wie viel zig Stunden wir über die ESM, also diese Rettungsschirmgründung und die Griechenland-Portugal-Spanien-Rettung gesprochen haben, Wochen, Tage und Nächte, dann glaube ich, dass ein Bürger, der seinen Beruf genauso engagiert macht, in den seltensten Fällen so tief in diese Materie einsteigen kann. Und wenn ich bin wirklich jemand, und die, die mich kennen, wissen das auch, die immer für Argumente offen ist. Ich ändere auch meine Meinung, wenn neue Argumente kommen. Und ich lasse mich auch gerne überzeugen. Aber wenn ich so sicher bin, dass ich alle Argumente abgewogen habe, möchte ich dann auch wirklich meiner Verantwortung gerecht werden können und das genau so machen, wie ich das möchte. Und ich befürchte dann einfach, dass bei einer Volksbegehren Menschen bei so komplizierten, schwierigen Themen nicht die gleiche Zeit aufwenden können, weil sie eben ihren Lebensunterhalt durch was anderes finanzieren müssen. Und deshalb glaube ich, auf Bundesebene werden wir nicht zusammenkommen, Herr Lekker. Ich bin da sehr zurückhaltend. Gerne auf kommunaler Ebene, gerne auf Landesebene, aber auf Bundesebene. Ich kann auch ein paar andere Beispiele nennen. Flüchtlingssituationen würde ich mal wetten, dass in meinem Wahlkreis die Leute auch sofort gesagt hätten, nein, ich fand es trotzdem richtig. Deshalb, nein, leider nicht. Vielen Dank, Frau Tillmann. Herr Linds, Sie haben sich noch dazu gemeldet. Sind Sie da der gleichen Auffassung wie Frau Tillmann? Ich bin immer, immer, nie der gleichen Auffassung wie andere. Das ist so mein Schicksal und wir kommen hier so ein bisschen in die Rituale rein und pflege die dann auch selbst, aber augenzwinkern, weil ich da in aller Gelassenheit sagen kann, dass der extrem weitgehende Beschluss zu direkter Demokratie meiner Fraktion und weiterhin gilt, noch damals von dem leider verstorbenen Thomas Oppermann auf den Weg gebracht und wohl weiß ich nicht bis zum heutigen Tag kassiert. Da habe ich auch Wert drauf gelegt. Insofern gilt dieser Beschluss auch und da kann die Linke nicht sich beschweren, denn der ist auf ihrer Linie. Ich bin allerdings dafür, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das zu koppeln. Ich finde, auf Bundesebene sollte man nicht allein Volksbegehren, Volksentscheide machen, sondern wenn man sie macht, gekoppelt und übrigens auch dann Bürgerratsverfahren ohne solche, aber wenn man direkte Demokratie zur Entscheidung stellt auf Bundesebene, dann ein Bürgerrat vorschalten. Da bin ich aus vielerlei Gründen, weil ich glaube, das auch hilft oder notwendig ist, um einen wirklich strukturierten Diskussionsprozess zu machen und auch mögliche Manipulationsformen zu minimieren. Es gibt aber auch nicht wenige in meiner eigenen Partei und Fraktion, die das anders sehen. Also diese Unterschiede gehen mitten in uns rein und das hat ganz gewiss damit zu tun, was mit dem Brexit war. Das hat damit zu tun, dass dann Negativerfahrungen mit Plebisziten verwandt werden, aber die Form von direkter Demokratie, für die ich plädiere, und ich glaube, da liegt auch Herr Lenkert nicht ganz anders und auch Teile der Union, sind nicht solche Plebiszite, sondern das sind andere Formen, mit einer anderen Form von Information und auch Möglichkeiten, diese Form der Manipulation, die da betrieben wird und auch dieser Pseudobeteiligung, für die die sogenannte Alternative für Deutschland da steht, eben nicht zu machen. So eine Form von direkter Demokratie will ich nicht, die dann sich scheindemokratisch gibt, aber letztlich dann auch nur als Feigenblatt herhält und solche Formen dann auch der Stimmungsmache betreibt, wie sie ja eben benannt wurden. Generell aber neige ich dazu und davon leben wir ja, dass nicht nur Bürgerinnen und Bürger uns vertrauen, sondern dass wir auch in die Vernunft von Bürgerinnen und Bürgern vertrauen. Deshalb habe ich auch mir gesagt, gerade auch bei so heißen Themen wie Migration bin ich gar nicht der Meinung, dass zwingend da Ergebnisse rauskommen werden, die sehr unmenschlich sind und menschenrechtsfeindlich ist, kommt darauf an und wie man diese Bedingungen organisiert und dass man eben es nicht sammacht, sozusagen immer nur von oben, sondern dass man Möglichkeiten hat, auch mit Foren es aus der Bevölkerung wachsen zu lassen und entsprechend dann auch das so sorgsam in der Moderation und in der Durchführung und auch mit klaren Bedingungen, wie man sich dazu verhält, es zu machen, dass ich da keine Angst vor habe. Ich glaube sogar, es könnte so sein, dass bei besonders gesellschaftspolitisch relevanten Fragen, die wir ja kennen, wie Klima, wie Umgang mit Armut, wie Migration, ich nenne nur mal drei, das auch eine heilende Wirkung haben könnte, so einen Diskurs zu machen. Das Letzte, was ich dazu sagen möchte, es gibt aus der Schweiz unangenehme Beispiele, also Minarett ist ja das Spiel, aber wir hatten in der Schweiz auch ein direktes Demokratieverfahren zum öffentlichen Rundfunk. Viele meinten, oh Gott, was kommt da raus, das ist das Ende des öffentlichen Rundfunks. Was kam raus? Es war nicht so. Es hat sogar zu einer Stärkung des öffentlichen Rundfunks in der Schweiz geführt, weil es eine unheimlich breite gesellschaftliche Debatte gab, bei der auch Schwächen, aber vor allem Stärken des öffentlichen Rundfunks. Daher plädiere ich in Abwägung der Gründe und mit einem auch entsprechend verzahnten Verfahren für dieses entsprechende Vertrauen in die Bevölkerung und bin da optimistisch und wagend. Vielen Dank, Herr Lind. Ich weiß, Herr Lenkert, es juckt ihn unter den Fingernägeln, aber mit Blick auf die Zeit würde ich dann auch gerne langsam die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen lassen. Herr Maron, ich finde es großartig, dass Sie sich schon melden, aber bevor ich Sie dran nehme, nehmen wir uns noch mal eine Minute Zeit und gucken uns generell an, wie die Erfurterin, Weimarerin und das Weimarer Land denn so allgemein zu Bürgerräten steht. Wir haben nämlich eine CW-Umfrage durchgeführt und zwar, eine Sekunde, ja, im Juni diesen Jahres, nämlich genau zu diesen Fragen, die wir heute auch besprechen. Also wie stehen denn bitte die Leute in ihrem Wahlkreis zu Bürgerräten, zu Volksentscheiden, Bürgerräten von oben, Bürgerräten von unten? Das wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen. Die erste Frage, die wir den Menschen in ihrem Wahlkreis gestellt haben, war, sollten auf Bundesebene Bürgerräte verankert werden, in denen ausgeloste Bürgerinnen und Bürgerempfehlungen an die Politik ausarbeiten? Und da haben eben die Menschen aus Erfurt, Weimar, Weimarer Land gesagt, zu 60 Prozent, ja, Bürgerräte sollten auf Bundesebene eingeführt werden. Damit sind sie tatsächlich deutlich über den Bundesdurchschnitt. Und bundesweit haben ungefähr 53 Prozent der Menschen gesagt, ja, wir wollen Bürgerräte auch auf Bundesebene. Genau, 27,8 Prozent, also 28 Prozent haben gesagt, nein, das möchten wir nicht. Die zweite Frage, die wir gestellt haben in ihrem Wahlkreis, ist, sollten Bürgerinnen und Bürger ihrer Meinung nach einen losbasierten Bürgerrat per Unterschriftensammlung also von unten einleiten dürfen? Da haben etwas mehr als 50 Prozent der Erfurter Weimarer und Weimarer LandbürgerInnen gesagt, ja, das möchten wir. Das ist auch deutlich über den Bundesdurchschnitt. Ungefähr 5 Prozent, 45 Prozent im Bundesdurchschnitt haben gesagt, wir wollen das. Also hier in Thüringen beteiligungsfreundliche Bürger. Aber dann haben wir als Drittes gefragt, sollten Volksentscheide ihrer Meinung nach einen losbasierten Bürgerrat vorbereiten können? Andersrum, sollten losbasierte Bürgerräte einen Volksentscheid vorbereiten können? Also so wie Herr Lindt es bereits angesprochen hat, da haben ungefähr 52 Prozent der Befragten gesagt, ja, das möchten wir. 29 Prozent haben gesagt, nein. Auch deutlich über den Bundesdurchschnitt, da sind wir bei 46 Prozent, auch wieder 5 Prozent mehr für die Verknüpfung von Bürgerräten und Volksentscheiden. Und zur letzten Frage, sollten Volksentscheide als Ergänzung der parlamentarischen Demokratie auf Bundesebene eingeführt werden? Da haben ganze 70 Prozent der Erfurter Weimarer und Weimarer Landbürgerinnen gesagt, ja, das möchten wir. Auch 5 Prozent mehr als im Bundesdurchschnitt. Ungefähr 65 Prozent haben in ganz Deutschland gesagt, ja, wir möchten Volksentscheide auf Bundesebene. Jetzt nach diesem allgemeinen Eindruck aus Ihrem Wahlkreis, möchte ich jetzt noch mal ganz konkrete Stimmen zu Wort kommen lassen. Herr Maron, Sie warten schon eine Weile. Gerne können Sie jetzt Ihre Frage stellen, wenn Sie möchten. Ja, schönen guten Abend. Hallo auch von meiner Seite. Verstehen Sie mich? Ja. Ja, sehr gut. Okay. Ja, also wie gesagt, ich sehe das ähnlich wie Frau Tillmann, ganz ehrlich. Ich bin da eher auch zurückhaltend auf Bundesebene. Ich sehe es auf kommunaler beziehungsweise auf Landesebene ein sehr, sehr gutes Mittel, um einfach demokratisch da irgendwo, also direkt irgendwo Einfluss zu bewirken. Das ist keine Frage. Ich sehe es eher, ich habe zufälligerweise an einem Bürgerratschlag, den ich im November 2019 der Bundesumweltministerin im Zuge einer Bürgerbeteiligung übergeben habe und circa 80 Prozent vom Kabinett tatsächlich fast eins zu eins, also 80 bis 85 Prozent unseres Bürgerratschlages, den wir aus ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Deutschland dort vorgebracht haben, der Bundesumweltministerin auch angenommen wurde und das war ein starkes Zeichen, finde ich. Und so kann natürlich auch Bürgerbeteiligung in dem Falle aussehen. Und wie gesagt, und da haben immer noch ein paar Ministerien dann natürlich auch ihr Veto eingebracht und haben gesagt, okay, hier sind wir anderer Ansicht. Ich denke, das wäre, glaube ich, ein privateres Mittel zur Bürgerbeteiligung an sich. Ein Bürgerrat auf Bundesebene sehe ich eher ein bisschen differenzierter. Also wie gesagt, sehr zeitintensiv. Da muss ein ganz, ganz großer, ganz, ganz großer Pool von Bürgerräten da sein, der immer sich untereinander halt auswechst, also nicht auswechselt, sondern immer ergänzt oder immer da ist. Das sehe ich als schwierig an. Wie gesagt, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene ist das einfacher. Und ja, das ist mein Statement dazu. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, vielleicht können wir... Voll Ordnung. Vielen Dank, dass Sie von diesem Beteiligungsprozess berichten auch. Vielen Dank. Ja, es war sehr positiv aufgenommen und ich muss sagen, es haben sich auch alle Bürgerinnen und Bürger dort sehr gut beteiligt und es war ein wirklich gutes Miteinander. Ja, danke. Vielen Dank. Gibt es Erwiderungen dazu aus unserem Podium? Herr Lenkert, ja, gerne. Ja, also gerne. Also ich sehe natürlich die Sorge, die etliche haben, dass natürlich dann Entscheidungen auch bei Volksentscheidungen und Volksbefragen kommen, die auch per Bürgerrat vielleicht vorbereitet werden, die einem nicht passen. Aber das ist in der Demokratie bei Wahlen auch so. Da gibt es auch Entscheidungen von Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Wahlergebnis oder im Jahrverhalten, die uns nicht passen. Wir müssen aber ein Stück Verantwortung weggeben und die Erfahrung lehrt, dass wenn man Verantwortung bekommt, man auch anders mit Fragen umgeht, als wenn sie für einen entschieden werden. Das ist eine Erfahrung, die habe ich gemacht. Und wenn man sich mal unseren Gesetzentwurf anguckt, gehen wir zu Volksbegehren direkter Demokratie gemacht, wo auch Bürgerräte durchaus in unserem Programm vorgesehen sind, uns als wichtiger Aspekt der Vorbereitung vorgesehen. Wenn man den Zeitablauf sieht, wenn man sieht, dass es also wirklich mehr als zwei Jahre braucht, um einen bundesweiten Volksentscheid zur Abstimmung zu bringen, dann habe ich nicht die Sorge, dass nach einer plötzlichen Situation heraus im Prinzip eine Entscheidung getroffen werden kann, die nicht zurückholbar ist. Zwei Jahre sind viel Zeit, da haben die Parteien, da hat auch der Bundestag genügend Zeit zu informieren. Man hat die Möglichkeit, einen Gegenentwurf vorzustellen, der dann zur Abstimmung steht. Also all diese Möglichkeiten besteht und es gibt ja dann die Mindestzustimmungskuren, die auch erreicht werden müssen. Also die Hürden sind schon sehr hoch und ich habe das ja damals bei den Volksbegehren gemerkt. Letzten Endes haben wir ja damals mit der Landesregierung einen Kompromiss gemacht, der 90 Prozent der Forderung übernommen hat, weil halt die letzte Hürde 25 Prozent Zustimmung an einem Wahlsonntag eben sehr hoch ist. Absolutzustimmung, was damals nicht mal die Alleinregierung der CDU hatte. Also die hatten nur 24,3 in Thüringen, absolute Wählerstimmung. Also insofern ist das ein Prozess, den man machen muss, den man machen kann, wo ich auch nicht diese Sorgen habe, die da bestehen. Und letzten Endes unterstiegt ja alles, was entschieden wird in Deutschland, der Überprüfung durch das Verfassungsgericht. Auch das ist vorgesehen und muss rechtzeitig stattfinden. Und was die Bürgerinrede angeht, Herr Maron, also ganz so ist es nicht, weil das Prinzip sagt ja, es werden Leute blind ausgewählt in einer riesigen Gruppe, die entsprechend zu ihren Gruppen gehören, zu den verschiedenen Schichten, zu den verschiedenen Religionen, aus den verschiedenen Regionen des Landes, verschiedene Bildungsabschlüsse, verschiedene Einkommensgruppen, Geschlechter, die werden entsprechend des Bevölkerungsanteils der gesamten Bundesrepublik genommen, die werden angeschrieben und dann werden im Prinzip aus den jeweiligen Gruppen entsprechend des Anteils zugelost. Die Schwierigkeit ist halt, dass es oftmals aus einigen wenigen Gruppen viel zu wenig Leute gibt, die sich bereit erklären mitzumachen. Das muss gelöst werden für die Zukunft. Das ist entscheidend. Und im Übrigen in der Stadt Jena, also ich habe mich immer so geärgert, also mein Sohn hat die Beteiligung für den Bürgerhaushalt, bekomme ich nicht. Okay, ich bin Stadtrat, aber ich hätte auch ganz gern mal mitgemacht im Bürgerhaushalt. Aber das ist eben ausgelöst. Ich habe halt nicht gewonnen. Vielen Dank, Herr Lenkert. Herr Lind. Es ist ja so, wenn ich das im Kopf habe, zurecht aus der Begleitung vom Bürgerrat Deutschlands Rolle in der Welt. Der erste war ja sozusagen ein Selbstreflexiver. Da ging es ja um Demokratie selbst als Thema. Also das freut einen Systemtheoriekläger, weil es eine Selbstbezüglichkeitsfigur war. Systemtheorie kommt übrigens viel zu kurz im Parlament, aber damit konnte ich mich noch nicht durchsetzen. Da war ja sichtbar, dass zum Beispiel Hauptschulabschlüsse oder auch Personen ohne formalen Bildungsabschluss deutlich unterrepräsentiert waren. Das war sichtbar und auch bestimmte akademische Abschlüsse überrepräsentiert. Das liegt darin und das bedeutet dann tatsächlich, es gibt bestimmte Gründe, die erklären, warum manche Gruppen sich stärker freiwillig melden, andere nicht, dass man da auch aufsuchende Verfahren einsetzen muss, bestimmte Bedingungen schaffen. Im Übrigen, um das nochmal weiter zu spinnen, ich mache mal jetzt Advocatus Diaboli, wenn man auch so einen Bürgerrat hat, ist auch eine Frage der Moderation. Das heißt, es gibt auch bestimmte Leute, die dann auch, wenn alle Gruppen gleichermaßen entsprechende Bevölkerungsverteilungen da sind, mehr Tendenz haben, auf so einer Veranstaltung sich auszudrücken und andere dann eher sich zurückhalten, weil sie es so nicht kennen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Erfahrung, weil sie die Ohnmachtserfahrung mehr haben. Und deshalb muss man auch gucken, wie man das ausgleicht in dem Verfahren. Das ist aber alles, denke ich, nicht ein unüberwindbares Hindernis, sondern gerade eine Herausforderung. Und deshalb sehe ich natürlich die Schwierigkeiten im Praktischen, sehe auch bei der direkten Demokratie dringenden Diskussionsverbrauch. Das will ich nicht von Oden, sondern ich wünsche mir eine parlamentarische Debatte darum. Es ist jetzt an der Zeit, glaube ich, auch in den jetzigen Zeiten Krisen geschüttelt und auch mit größeren Beteiligungsbedürfnissen, dass wir diese Debatten da führen, dass wir auch die Kritik ernst nehmen, auch die Sorgen, die deutlich wurden bezüglich Beteiligung, aber dass wir diese Debatte dann wagen. Und wie gesagt, das geht auch in die Fraktion hinein. Denfalls ist das bei mir der Fall und kenne ich auch und sind wir keineswegs einheitlich. Und ist das aber vielleicht gerade das Spannende, weil sich da auch über Fraktionsgrenzen hinaus Befürworter und Gegner zeigen. Und das kann spannend werden. Ich meine nur, dass allein der Punkt, dass wir es auf kommunaler Ebene erleben, erfolgreich und auch auf Landesebene kein Argument dagegen sein kann, es nicht auf Bundesebene zu machen, weil das eine etwas merkwürdige Vorstellung ist. Also ich glaube, Vertrauen endet nicht an der Ländergrenze in der Bevölkerung. Das sind natürlich unterschiedliche Fragestellungen und es gibt berechtigte Zweifel darüber, wegen Verhetzungspotenzial, wegen mehrerer Unwuchten. Ich glaube aber nicht, dass die fundamental dagegen sprechen, solche Fragestellungen aufzuwerfen und zu überlegen, in welcher Form kann man es machen und in Bezug auf Bürgerräte halte ich nochmal fest, die Ergebnisse und auch wie es jetzt praktiziert wurde, sind ja Empfehlungen, sind Empfehlungen, die das Parlament annehmen kann oder nicht, wenn wir so ein, so was institutionalisiert hätten und bei der ich aber vom Parlament dann erwarten würde, dass es sich dazu verhält, sagt, warum man es umsetzt oder nicht. Mehr nicht, aber auch weniger nicht. Die Qualität aber liegt ja oft gerade im Beratungsprozess, nicht allein im Ergebnis, aber in einer Zeit, in der wir nicht unbedingt erleben, dass alle Leute die größten Fähigkeiten entwickelt haben, miteinander zu diskutieren, in der viele die Meinung sind, meine Wahrheit ist absolut, deshalb brauche ich mir Argumente gar nicht anzuhören. Das dann zu tun, die Meinung anderer auszuhalten und sich zuzumuten und darüber zu suchen, Kompromisse zu finden, halte ich für wertvoll und für einen wertvollen Schritt, auch unsere Demokratie nicht zu schwächen, sondern weiterzuentwickeln und auf diesem Wege auch zu stärken. Vielen Dank, Herr Lind. Herr Michalowski, Sie haben sich gemeldet und es gibt auch Fragen im Chat, vielleicht schaffen wir es auch noch, oder Wortmeldungen im Chat, vielleicht schaffen wir es auch noch, eins, zwei reinzugeben. Herr Michalowski, möchten Sie kurz Ihre Frage formulieren? Ja, und meine Frage bezieht sich darauf, auf die Zeit. Hier wird nicht von Zeit gesprochen. Wir haben Klimakatastrophen und wir haben uns das Ziel gesetzt, europaweit CO2-neutral bis 2050 zu werden, in Deutschland 2040 oder 2045. Ich habe da meine Probleme, das mit den derzeitigen Mitteln überhaupt zu schaffen und jetzt noch mit Volksbegehren und sowas reinzuziehen. Das Ganze, wie möchten Sie das schaffen? Gerade auch an Herrn Lenkert, gerechnet, der ja von der Seite kommt. Vielen Dank für diese Frage. Herr Lenkert. Ja, die Frage ist die Alternative. Welche Alternative haben wir, als es so zu machen? Also es gibt nun mal nicht den schlauen Diktator, der hat das einfach durchspeichern, was dann auch oft schief gehen kann, sondern wir müssen diesen Weg gehen. Und ich bin auch der Meinung, ohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird es nicht gelingen, die Akzeptanz für Maßnahmen, die nicht leicht sein werden, durchzubekommen. Das heißt also, unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker ist es, die Entwicklung, wie sie jetzt ist, deutlicher darzustellen, die Handlungsoptionen auf den Tisch zu legen, zu sagen, was hat welche Nebenwirkungen von den vielen Optionen, die wir haben. Und da müssen wir uns ehrlich machen. Und dann müssen wir, wenn wir nicht den Mut haben, selbst zu entscheiden, in der letzten großen Koalition habe ich halt diesen Mut zu entscheiden, an vielen Stellen vermisst. Also wenn ich sehe, wie die SPD gekämpft hat, um Klimaschutz voranzubringen, auch sozial abgefedert, was dann vom Minister Altmaier oft ausgebremst wurde, also dann hätte ich mir schon gewünscht, dass wir genau diese Diskussion, die wir im Parlament führen, in Bürgerinnenreden führen und dass diese Räte dann im Prinzip darüber eben auch die aufkleinende Bevölkerung machen und dann im Zweifelsfall eben die Entscheidungen, die das Parlament vielleicht nicht schafft, eben treffen, die nötig sind. Also in Frankreich ist ja Macron relativ reingefallen, als er einen Bürgerinnenrat zu Klima gemacht hat. Er hat viel strengere Maßnahmen verabschiedet, als er sich geglaubt hatte. Er hat gedacht, es wird alles aufgeweicht. In Wirklichkeit kam es strenger, nachdem das Fachwissen eben zu den Bürgerinnen, die im Normalfall nicht die Zeit haben, sich damit zu fassen, angekommen ist, dann eben doch für einschneidendere Maßnahmen waren. Und diesen Weg müssen wir gehen. Und wenn wir den nicht so gehen, werden wir mit Widerständen zu kämpfen haben, die so groß sind, dass sie am Ende sogar demokratiegefährdend sein können. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen Bürgerinnenrede nutzen und auch direkte Demokratie, um den Klimaschutz überhaupt voranbringen zu können. Ansonsten sind die Widerstände zu groß. Vielen Dank, Herr Lenkert. Frau Tillmann und Herr Lindh, wenn Sie darauf noch was erwidern wollen, dann jetzt. Ansonsten würde ich noch schnell ein, zwei Wortmeldungen aus dem Chat tatsächlich gerne auch noch mal zu Wort kommen lassen. Frau Freya-Zang hat noch die Frage nach der Verbindlichkeit zu Bürgerräten schon vor einer Weile gestellt. Und sie hat auch geschrieben, einen Bürgerhaushalt aufzustellen. Ein Bürgerhaushalt ist auch ein Beteiligungsinstrument, vielleicht noch mal angesprochen. Herr Lenkert hat es auch schon gesagt, wo den Bürgerinnen ein Budget gegeben wird und sie können dieses dann, sie können dafür abstimmen, wie sie dieses verwalten wollen oder wofür dieses Budget umgesetzt wird. Bedarf auch einiger Kenntnisse darüber, da kann man schon schnell überfordert sein. Und hinzu kommt, dass dieser Bürgerhaushalt, ich glaube, es war der, den Sie angesprochen haben, Herr Lenkert, nicht bindend war. Da kann einem schon die Lust vergehen, vermute ich mal. Ja, Frau Tillmann, gerne. Das ist lieb. Herr Lenkert, Sie haben jetzt mit Sicherheit recht. Politik hat nicht immer was mit Wissen zu tun. Ich bin halt Finanzpolitikerin. Da gibt es wenig Themen, die man völlig ohne Vorkenntnisse kann oder auch in die man sich mal eben in einer Stunde, an einem Abend, wenn man Freizeit hat, einarbeiten kann. Vielleicht ist unter der Sichtweise meine Meinung auch eine andere als Ihre, weil ich einfach ziemlich intensiv mich einarbeiten muss in Themen, die ich dann entscheide. Und ich glaube, dass Bürgerinnen und Bürger das können. Und ich führe unzählige Gespräche mit Steuerberatern, mit Finanzpolitikern, mit der Schuldnerberatungsstelle, mit der Verbraucherberatungsstelle. Es ist ja nicht so, dass wenn wir keinen bezahlten, Entschuldigung, keinen von oben organisierten Bürgerrat haben, wir keine Gespräche führen. Und jeder Erfurter und Weimarer Bürger, der den Eindruck hat, der kann zu einem Steuergesetz mit mir diskutieren und mir Argumente bringen, der hat die Möglichkeit dazu. Ich persönlich bräuchte diesen Bürgerrat nicht. Und ich bitte noch mal die Frage zu beantworten, gibt es hier irgendeinen Bürger, der jemals versucht hat, mit mir zu sprechen und das nicht konnte? Also das Angebot noch mal in die Runde, wenn es das gab, dann war das ein Versehen. Also ich will unbedingt die Kenntnisse der Bürgerinnen und Bürger. Ich brauche die, weil ich die auch in meinem Bereich immer noch mal hinterfrage. Ob das mit 170 Personen auf Bundesebene klappen kann, das war meine Frage. Und ob wir das erheblich ausweiten können, das war meine Frage. Nicht die Frage, ob wir Bürgerräte brauchen. Wenn Menschen sich persönlich zusammenfinden, finde ich das immer klasse. Und noch mal, in Thüringen gibt es unzählige solcher Institutionen. Und da würde ich eher sagen, ich habe es eben ja in den Chat geschrieben, dann lassen wir doch die Ehrenamtsstiftung nutzen, um, wenn es tatsächlich dann logistische Unterstützung gibt oder mal einen Raum zu organisieren gibt oder auch tatsächlich mal eine Geldfrage ist, über diese Ehrenamtsstiftung die ehrenamtlichen Bürgerräte oder Institutionen, die es gibt, zu unterstützen. Bei der Frage Stadthaushalt, ja, ich verstehe das. Das ist unheimlich zeitintensiv. Aber das ist ja genau ein Argument, weshalb ich sage, ich möchte es auf Bundesebene nicht so gerne haben. Weil ich glaube, jemand, der 40 Stunden arbeitet, vielleicht auch noch eine Familie hat oder eine Mutter, um die er sich kümmern muss, der kann ganz natürlich nicht so viel Zeit aufwenden, wie ein hauptamtlich bezahlter Bundestagsabgeordneter. Und deshalb wäre ich einfach dankbar, wenn man uns in den Entscheidungen dann das Vertrauen gäbe, was ich meinem Arzt gegeben habe. Es ging nicht um Ärzteveranstaltungen, sondern um die Frage, wer hat welche Kompetenz. Und wer dann trotzdem Lust dazu diskutieren, soll das jederzeit tun. Und wenn Sie da von Mehr Demokratie e.V. mitmachen, ist doch super. Wir haben so viele Demokratieprogramme im Bundeshaushalt. Wenn die alle dazu führen würden, dass wir mehr Menschen dazu kriegen könnten, sich in der Demokratie zu beteiligen, dann wäre ich doch dankbar. Vielen Dank, Frau Tillmann. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt gerne um ein Abschlussstatement bitten von unseren drei Kandidierenden. Vielen Dank auch erstmal an alle, die sich hier beteiligt haben, auch in der Diskussion im Chat, aber auch mit Wortmeldungen. Es ist ja auch nicht immer so leicht, sich zu Wort zu melden und den Mut dazu aufzubringen. Vielen Dank. Ein Abschlussstatement zu Bürgerräten. Herr Lindh, Bürgerräte auf Bundesebene in der nächsten Legislatur. Mit Ihnen zu haben? Mit mir zu haben, auch mit meiner Partei und Fraktion zu haben. Ob es Realität wird, das liegt an Koalitionen, Konstellationen und Diskursen, die wir brauchen, weil wir es, denke ich, jetzt auf eine Ebene heben müssen, wo wir im Parlament darüber diskutieren wollten, auch im Bundestag, in den Ausschüssen und auch im Plenum, wie wir uns auch in diesen Formen eine Weiterentwicklung der Demokratie vorstellen. Kann ich häufig genug wiederholen. Es geht nicht um ein Gegeneinander, kein Gegeneinander von repräsentativer Demokratie und deliberativer und direkter Demokratie, was manchmal auch gespielt wird. Ich verweigere mich diesem Spiel, sondern mir geht es darum, auch die parlamentarische Demokratie zu beleben und stärken, wo Stärkungsbedarf ist. Das heißt übrigens auch, dass wir die Debatten im Parlament noch entwickeln. Da gibt es auch noch Luft da oben und Spielräume, das zu stärken und zugleich es zu stärken, indem wir die Möglichkeiten des Beratens und der deliberativen Demokratie und gegebenenfalls tatsächlich auch der direkten Demokratie uns stellen. Und ich finde da, bei allen Ängsten und Unsicherheiten, ist ein Schritt von Souveränität, dies gerade zu tun und dies gerade in den jetzigen Zeiten zu tun. Wir haben durch Corona auch erlebt, wie viel Ohnmacht empfunden wird, wie viele auch Menschen zugemutet haben. Wir haben nicht ohne Grund auch im Parlament über unsere Rechte und Kompetenzen gestritten und über mögliche, zu große Kompetenzen und Entscheidungsgewalt der Exekutive auf Länder und Bundesebene. Und gerade weil das so ist und gerade weil aus meiner Sicht Krisenzeiten nicht das Ergebnis haben sollten, die Exekutive und die Regierung zu stärken, sondern auch die Möglichkeiten der Bevölkerung wertzuschätzen und nicht im Sinne, dass dort mehr Kenntnisse oder wenige Kenntnisse sind oder dass unpolitisch diese Quasselbude Parlament korrigiert werden müsste. Überhaupt nicht. Sondern weil das zusammen noch bessere Ergebnisse hervorbringt und weil das einen Diskussionsprozess hervorbringt, den wir brauchen, der unserer Gesellschaft gut tut, weil das zu kurz kommt, weil wir guten und harten Streit brauchen und weil wir auch die Diskussion in neuen Formen mit der Bevölkerung suchen sollten. Und gerade das auch ein Bedürfnis ist, das ich jeden Tag erlebe, fände ich es notwendig und übrigens auch eine Überraschung, die man uns häufig nicht zutraut, dass wir genau diesen Weg gehen, dass wir nicht Vorurteile bestätigen, die manchmal da sind, dass wir nur untereinander streiten und dass wir nur uns ums Selbst drehen, sondern dass wir uns diesem Wind von außen öffnen, nicht, weil Parteien schlecht sind, sondern weil sie stark sind und weil sie in dieser Stärke auch bereit sind, neue Wege zu gehen und sich neuen Wegen zu öffnen und dabei auch keine Sorge und keine Angst haben, dass Ergebnisse rauskommen, die wir uns nicht wünschen und es ist auch gut, wenn da mal Ergebnisse rauskommen, die wir uns nicht wünschen, weil wir uns den stellen müssen und weil uns das gut tut. Vielen Dank, Herr Lind. Herr Lenkert, ein Abschlussstatement von Ihnen zu Bürgerräten auf Bundesebene. Ja, also wir werden die Bürgerräte auf Bundesebene unterstützen, werden die bestmögliche Ausgestaltung, auch finanzielle Ausgestaltung der Bürgerräte anstreben. Wir werden natürlich auch weiter für die direkte Demokratie, für bundesweite Volksentscheide und Volksabstimmungen kämpfen, aber auch im Sinne von guter Demokratie werden wir natürlich mit allen demokratischen Fraktionen den Weg gemeinsam gehen, wie es gemeinsam gehend möglich ist und wenn das eben nur im ersten Schritt jetzt nur bis zu Bürgerräten geht, dann werden wir diesen Weg mitgehen und dann dafür weiterkämpfen, dass wir später weiterkommen. Vielen Dank, Herr Lenkert. Frau Tillmann, als Direktmandatsträgerin bisher und weil Sie versuchen, Ihren Wahlkreis auf diese Bundestagswahl zu verteidigen, haben Sie das Schlusswort. Ihr Statement zu Bürgerräten. Dankeschön. Ich kann Ihnen gar keine Antwort auf diese Fragen geben. Das ist bei uns nämlich sehr abhängig davon, ob sich die Fachpolitiker durchsetzen oder die Finanzpolitiker wie ich, die wissen, dass wir im nächsten Haushalt 35 Milliarden Euro Covid-Schulden zurückzahlen müssen und weitere 20 Milliarden Hochwasserschulden. Das ist mein einziges Problem, was ich mit finanzierten, durch Staatsmittel finanzierte Bürgerräte habe. Deshalb danke ich jedem Einzelnen, der sich ehrenamtlich engagiert für Demokratie und unterstütze sie, wo ich nur kann und bitte einfach Verständnis dafür zu haben, dass ich als Finanz- und Haushaltspolitikerin schon dafür sorgen muss, dass wir irgendwie den Haushalt wieder zukriegen und deshalb nicht unbegrenzt Mittel zur Verfügung stelle. Danke an jeden, der es ehrenamtlich macht. Vielen Dank. Vielen Dank an die Abgeordneten. Vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich heute Zeit genommen haben. Jetzt bleibt mir nur noch einen schönen Wahlkampf zu wünschen. Gute Gespräche, viele Gespräche, natürlich sicher gesundheitlich und ich wünsche Ihnen das Beste für die Bundestagswahl. Danke, dass Sie sich heute Abend die Zeit genommen haben und auf Wiedersehen. Danke Ihnen für die gute Moderation. Danke. Tschüss. Tschüss, schönen Abend.